und jetzt willkommen bei Oma und so an Ticket Let's Play hier bei Tech bei das Moritz und der Butch ist leider noch nicht dabei es ist heute Mittwoch ich nehme jetzt noch mal alleine auf um ihr kennt dass er vielleicht noch gar nicht so wie es jetzt aussehen den Weg hier auch nicht und zwar ist der ein großer Fehler verlaufen ich hatte eigentlich um Montag noch mal aufgenommen Problem dabei war irgendwie hat's nicht aufgenommen ich hoffe momentan gerade eh es sind auf oder nicht ich arbeite mit OBS hat mir eine Kurztasse gelegt gehabt damit ich Aufnahmen stoppen und starten können hat nicht funktioniert und Folgen sind somit leider nicht aufgenommen worden ich hoffe jetzt dass sie könnte gerade sehen ja was hat sich bisher getan ich bin war die eigentlich langweilige Folgen ich war hauptsächlich nur fahren ich habe Mabel besorgt habe Basalt besorgt und zusammen mit unseren Nachbarn eine Brücke gebaut zu ihnen rüber und auch schon mal den Grundstein für unser AKW gelegt haben zusammen wir haben zusammen CF zwei CF Sprayer gebaut haben dann hier mal so weit aufgefüllt mit CF mit diesem CF Sprayer wir einfach einen guten Untergrund haben ja und das wird dann wenn es fertig ist das große AKW was noch vergrößert wird wir gehen noch in diese Richtung das wird Kontrollraum plus MFSU Raum kommt da noch hin und dann kommt hier ein Reaktorraum noch hin ja das alles noch später ich habe schon mal in unserem Haus weiter gebaut habe schon mal mit Basalt also Basalt gebrannt hier das was wir vorher mit Kabelstone gemacht haben jetzt mit Basalt gemacht so mein Projekt der Blöckchen mit gleich geholt das ist so die Kiste wo wir alles rein tun für den Hausbau jetzt können aber mit Marble und sein Paar Marble Pricks machen ich hoffe es geht so Jo jetzt haben wir Marble können wir jetzt hier schön bauen so wie wir uns das gewünscht haben haben wir bald inzwischen mal den ersten Stock von unserem neuen Haus dass wir auch mal etwas weiterkommen da ja unsere Nachbarn wirklich schon sehr weit sind ja sonst hat sich eigentlich bisher nichts genannt in diesen fünf Folgen die ihr leider jetzt nicht zu sehen bekommen werdet was waren eigentlich wirklich auch langweilige Folgen Farmen Farmen brennen und das bisschen hier bauen ja seid froh dass es nicht ertragen musstet du mir natürlich leid dass ihr das nicht sehen könnt vielleicht gefällt euch das ja dass jemand hier farmt aber naja man kann leider jetzt und ich bin dann nicht ganz alles abbauen aber es ist irgendwie auch blöd und es ab 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 weniger Marble als gedauert ab ab Prozent bis zum ersten Stoffe und zu zutun Schülern auf dem Zerber Nein um Amt am Samstag nehmen dann ich im Butsch wieder gemeinsam auf und mann wir waren das ist ein bisschen langweilig deswegen habe ich und gedacht das sind bisschen auf denn jetzt gestern klar keine Zeit gehabt zu aufnehmen zu zweit gestern schon aufgenommen oder hatte er aufgenommen leider folgen weg ich werde nie aufgenommen Prozent 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 und ohne Geburt hier kommt so eine Art Energieraum rein ganz Leitung und alles läuft kurz Tag wieder wir haben noch ein bisschen Marble so hier noch ein wenig Prozent keine Passaltbricks steht auch drüben beim Akkw schon reingeworfen Prozent da hat es doch die Kiste was gebaut wird und so Abfälle die entstanden sind bisher vom Abbau Prozent 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 da könnte sich dann jeder immer dran bedienen Prozent 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 dieses Gegründchen bitte ich zu entschuldigen dass die G19 so meine Tastatur Prozent wieso sie das macht keine Ahnung Prozent 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 jetzt die Frage, wir haben jetzt hier schon mal vier wieder drauf. Wir machen eine Decke, die am besten zwei breit, zwei, die drei breit. Ich glaube, drei wird zu. So, drei und dann kommt eine Decke drauf, also Hebe, dann Decke. Wir haben hier schon wieder das zweite Stockwerk. Beide die Frage, es braucht überhaupt einen zweiten Stockwerk. Ich glaube nämlich hier nicht, dann würde ich ein Dach drauf. Dann brauchen wir auch keine so hohe Decke. Hier kommt ein Dach drauf. Hier sagen wir mal ein Flachdach. Und kommt hier das Dach oben drauf. Ja. So, passt das eigentlich. und das ist so los. Nachverdammt. 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 2 5 so kurz die auch kaputt das reicht so achte das normales aus müsste ich noch ein bisschen was solch abgestoßen ich habe ich noch schon ich hab mir doch auch noch einen Ofen schmeißen wir doch auch gleich ein bisschen weg so mit 38 kann ich auch schon ein bisschen weiter ach scheiße steine und dann endlich auch schon die folge wieder so nachdem diese steine schon mal liegen würde ich sagen beende jetzt die folge und bis zum nächsten mal und dann und dann